Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video meinerseits. Nach dem Intro geht's los, viel Spass. So, liebe YouTuber, es wird langsam Zeit für ein Review zur Nintendo Switch OLED Edition. Yep, es wird Zeit. Ich habe ja die Switch OLED seit über zwei Monaten in Gebrauch. Am Freitag haben wir auch diese Woche, Montag, heute, oder was haben wir? Ja, heute kam es an. Ne, Spass, äh, nicht Spass, berechnet. Am Freitag kam es an. Ich habe mir Skyrim für die Switch gezogen. Da drauf sind auch die Erweiterungen Downguard, Heartfire and Dragonborn. Das waren ja damals, ich zockte es, 2016 zum Release, nicht auf Konsole, sondern auf dem PC. Und auf dem PC, wie auch Xbox und Playstation, musste man diese drei Erweiterungen per DLC herunterziehen. Und irgendwann, ein, zwei, drei Jahre nach den Erweiterungen, waren die dann auch fest mit dabei bei dem Skyrim-Paket. Und hier lese ich gerade Gewinner von mehr als 200 Game of the Year, also Game des Jahres Auszeichnungen. Über 200 Game des Jahres Auszeichnungen. Das hat noch kein anderes Spiel getoppt. Seit 2016 hält Skyrim diesen Rekord. Und Skyrim ist auch auf der Switch portiert worden und angekommen. Äh, zuerst wollte ich mir die digitale Version runterladen, weil es gab Lieferengpässe. Und ich war fast zu faul, um zu warten. Jedoch habe ich mich dann entschieden, zwei, drei Wochen zu warten auf das Spiel. Ne, ne, Woche etwa. Aber es heisst zwei, drei Wochen. Und ja, jetzt habe ich die nicht-digitale Version. Und ich bin ja leidenschaftlicher Sammler und deswegen musste das Case her. Und das Spiel, die Spielkarte, genannt Card Ratchet. Und jetzt habe ich was zum Anfassen. Ne physische Version. Und ja, das ist einfach gerade passend. Dann kommen wir gleich noch dazu zu sprechen. Enttäuscht und erfreut zugleich. Und los ging der Pokémon-Wahn bei der OLED-Switch-Release. Etwa zwei Monate nach dem Release kamen die beiden auf den Markt. Und jetzt im Februar hatten wir ein drittes Pokémon in Folge. Und deshalb habe ich mir auch dieses Joy-Con gekauft. Mit einem Pikachu drauf. Und ja, Blitzen und Pokébellen habe ich mir extra geholt, weil Pokémon so angesagt ist. Jetzt zur Switch. Sie hat endlich ein Glas-Display. Also nicht mehr Plastik dreht aus Plastik. Ja, erstens ein Glas-Display. Zweitens haben wir eine viel kleinere Lüftung. Sprich, die Lüftungsschlitze sind erstens kleiner. Zweitens habe ich noch nie was von der Switch gehört. Also, die hat noch nie irgendwie ertönt, als ich sie einschaltete oder als sie auf Hochtouren lief. Nie Probleme gehabt. Wirklich nie. Und ich zocke viel. Zum Teil mehrere Stunden am Stück. Und die Lüftung hörte ich nie laufen. Das ist schon mal geil. Und wir haben ein OLED-Display spendiert bekommen. Was auch sehr nice ist. Immer noch zu hell. Sie ist auch viel heller geworden. Muss man auch sagen. Die Lautsprecher sind lauter geworden. Die Joy-Cons wackeln nicht mehr so rum. Wie bei einem Prototyp von 2017. Hinten haben wir ein Metall-Aufsteller-Ständer. Und wir haben den SD-Karten-Einschub wieder unter dem Aufsteller. Wir haben hier eine viel angenehmere und raue Oberfläche. Und eben die Joy-Cons wackeln nicht mehr so herum. Schade haben wir kein Steuerkreuz. Dafür habe ich hier eins. Und bei meiner Switch Lite. Dann haben wir den Aufsteller natürlich viel, viel grösser. Also das ganze Gerät ist zum Aufstellen. Und ich spiele gerne so. So fällt sie einem nicht aus der Hand. Wenn ich mit der Bahn und Zug unterwegs bin. Am Bahnhof habe ich dann manchmal schon ein bisschen Bammel. Dass mir das Gerät runterfällt. Ist jetzt kein Spass. Immer wenn diese blöden, blöden Züge durchfahren. Die Schnellzüge. Dann ist es mir unwohl mit der Switch da rumzustehen. Ist jetzt kein Witz. Und ja. Die Ehrlichkeit ist viel höher. Und die Musik, der Klang, der Lautsprecher ist viel angenehmer. Der Touchscreen reagiert auch besser. Wahrscheinlich dadurch, dass er aus Glas besteht. Und ja. Was soll ich noch sagen? Die Joy-Cons sind auch mehr Metall als Plastik. Aber das Weiss zerkratzt sehr schnell. Das muss ich euch unbedingt sagen. Das Weiss zerkratzt, wenn man die Nägel drauf tut. Ehrlich jetzt. Kein Witz. Dann habe ich gehört. Also ich habe auf GitHub und Reddit Posts gelesen. Auf Englisch. Von Leuten aus der US und A zum Beispiel. Die schreiben wirklich, sie gehen davon aus, dass in Zukunft, vielleicht sogar speziell für die OLED-Variante, Spiele erscheinen werden. Ob dem so ist, kann ich euch nicht sagen. Aber ist gut möglich, dass wirklich für die OLED-Variante extra Spiele entwickelt werden. Möglich ist es. Und ja. Die Konsole wirkt hochwertiger. Das Einzige, was mich stört. Man muss sich einen Bildschirmschutz kaufen. Oder aber man besorgt sich Panzerglas. Eins von beiden muss man tun. Weil dieser Bildschirm, der kann nicht ungeschützt sein. Da macht ihr ihm keine Freude. Könnt ihr mir glauben. Ähm, ja. Die alte Switch, was habe ich mit der getan? Die habe ich Marco geschenkt. Kein Witz. Ich habe sie Marco geschenkt. Ja. Gut, ähm, dann ist da noch die Docking Station, die viel hochwertiger wirkt. Ähm, ich zeige euch die mal kurz. So sieht die aus. Hier steht Nintendo Switch. Das Logo. Und hinten kann man jetzt den Deckel abnehmen. Da steht nochmal Nintendo drauf. Hier HDMI. Hier haben wir HDMI-Anschluss. Ein Stromanschluss für USB-C. Und ein LAN-Anschluss. Direkt an der Docking Station. Und was noch neu ist, ist, dass dieser Regenbogen der Halbe hier noch positioniert ist für die Kabel. Finde ich sieht nice aus. Sie ist auch breiter geworden. Die Einkerbung, wo die Switch dockt. Ich weiss nicht, wieso sie das gemacht haben. Es gab ja früher, also früher, bei der ersten Switch und Switch 2.0 Gerüchte, dass die Docking Station Leuten ihre Switch zerkratzt hätte beim Docken. Aber jetzt fragt sich Flexi, wie kann ein nicht glasiger Plastik-LCD-Panelscreen, wie kann so einer zerkratzen? Ich habe das probiert, mehrfach und wirklich Druck gegeben. Und mit einem Messer musste ich es dann probieren. Das hat funktioniert. Aber ohne ein Messer bekommt man da keine Kratzer rein. Und dann war da noch dieses kleine Freundchen dabei. Und natürlich in Weiss die... Die... Wie nennt man diese Dinger? Die Grinder. Ja. So. Das war der Lieferumfang. Die Docking Station sieht auch viel moderner aus. Die Verpackung ist cooler gemacht. Sieht moderner aus. Ja. Die Switch Pro ist nicht erschienen, die viele so sündlichst erwarten. Doch dafür eine OLED-Variante, was die Spiele viel schöner wirken lässt. Gut, in diesem Sinne, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und lasst zwei Daumen nach oben da, wenn es euch nicht gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und vergesst nicht unbedingt, unbedingt ein Abo zu machen. Unbedingt müsst ihr ein Abo machen. Wenn ihr das vergesst, dann bin ich so enttäuscht. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal.